Liebe Augsburgerinnen und liebe Augsburger, Weihnachten kommt jedes Jahr so plötzlich. Und das sage ich, die jeden Tag den Christkindlesmarkt unter ihrem Bürofenster bewundern darf und die deswegen eigentlich auch wissen müsste, dass jetzt irgendwann Weihnachten ist. Der Christkindlesmarkt ist für mich ein ganz besonderer Ort. Es ist nämlich ein Ort in unserer Stadt, der für vier Wochen die Menschen zusammenbringt. Und zwar egal, ob sie Uraugsburgerinnen und Uraugsburger sind oder ob sie erst seit kurzem in unserer schönen Stadt leben. Unter dem Christbaum für alle trifft man sich mit Freundinnen und Freunden. Man trifft manchmal auch fremde Menschen, kommt mit ihnen ins Gespräch. Und dieses Zusammensein, dieser Frieden in unserer Stadtgesellschaft, der ist wirklich hier auf dem Christkindlesmarkt jeden Tag spürbar und erlebbar. Aber wir feiern diesen Frieden in unserer Stadt ja nicht nur am Christkindlesmarkt oder am 8. August, wenn wir unser hohes Friedensfest feiern. Der Frieden in unserer Stadtgesellschaft ist etwas, was wir jeden Tag in unserer Stadt erleben können. Jeden Tag in den Vereinen, in den Initiativen, auf den Pausenhöfen, unserer Schulen. So viele Menschen kümmern sich jeden Tag darum, dass wir alle, über 300.000 Augsburgerinnen und Augsburger, in Frieden miteinander in dieser Stadt leben. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Wert, den wir nicht nur an Weihnachten feiern, sondern das ganze Jahr über entsprechend auch wichtig finden und entsprechend auch weiter ausbauen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Feiertage im Kreise Ihrer Lieben schön verbringen können, dass Sie zur Ruhe kommen können und dass Sie einfach schöne Stunden haben. Schöne Feiertage und herzliche Grüße vom Christbaum für alle. Liebe ist mir wichtig, Zusammenhalt, Freude auch. Dass man mit der Familie feiert, damit es friedlich ist, damit alles gut läuft. Dass viele beisammen sein und einfach in der Familie sein, ein bisschen rücksichtsvoller sein als sonst vielleicht. Auch mit der Familie zusammen sein. Dass es eine harmonische Stimmung ist, dass man sich wohlfühlt und dass jeder sagt, es ist ein schönes Weihnachten und es ist einfach schön. Man freut sich, wenn wir zusammenkommen.